Hey Kinder, ich bin Matthäus Beer und ich würde euch gern ein paar von meinen Kinderliedern vorspielen. Als allererstes den Eisbären. Oh, 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 oh Liebst du mich noch so heiß wie deinen Eisbären? Fragte ich dich im Mai. Lass uns laufen, bis unsere Beine heiß werden. Dann geht der Winter schnell vorbei. Immer wenn ich an dich denke, krieg ich Zahnweh. Deine Augen sind mein Himmelszahn. Das war der Eisbär. Als nächstes möchte ich euch gerne das Räuberlied vorspielen. Und, ein Moment, da ruft jemand an. Hallo? Ha, es ist das Räuberlied. Komm, komm, komm doch mit, wir laufen heut im Sause-Schritt. Über Stock und über Stein, nichts soll uns im Wege sein. Wir laufen schneller als das Feuer, lachen der Gefahr ins Auf. Fürchten keine Ungeheuer, sind nicht leise, sondern laut. Ganz schön wild, oder? Weniger wild ist das Jahreslied. Und das geht so. Dann brauchst du schon einen Regenhut. Oktober findet Regen gut. Das Christkind freut sich schon im November auf seinen Auftritt im Dezember. November, Dezember, das sind schon die kalten Wintermonate. Aber nach dem Winter kommt da schon der Frühling. Und da gibt es schon, genau, Eis. Jetzt kommt das Eislied. Auf Sommer, auf Winter, keine Frage. Erdbeer, Vanille und Schokolade. Pistazie, Joghurt, Banane, Zitrone. Tiramisu und Nocciolone. Ich will jetzt ein Eis. Ich will ein Eis. Warum krieg ich keins? Ich will ein Eis. Ich will jetzt ein Eis. Ich will ein Eis. Warum krieg ich keins? Ich will ein Eis. Mehr von diesen Liedern gibt's ab 29. November auf dem Album Matthäus Bär singt seine großen Kinderlieder. Danke euch fürs Zuhören. Ciao.